Lass dich einfach rollen, Helene! Nicht! Lass die Füße um! Nicht treten! Einfach rollen lassen! Du brauchst nicht treten! Gut! Lass die Füße um! Ja! Die Links! Hier ist das Stadion! Hier ist das Stadion hier links! Und wir fahren da hin rechts und wir fahren hier rechts zur Halle. Das ist genau daneben. Und du nimmst! Laht er mucho! Also in unserem Der fahren wir auch hin! Sous-titrage ST' 501 Mama hat gesagt, wir müssen zu E5, hier steht E2, da ist E2, das heißt, wir müssen bestimmt einmal drumrum fahren. Ja, hier ist es auch manchmal. So, rechts, sind wir jetzt rechts gefahren? Ja, wir müssen zu E5, da ist ein Pfeil E5, da geht es runter. So, da kann man nicht fahren, dann macht, ja, ja. Ja, wir müssen, da ist es nicht. Nichts, Mama! Ich bin Mama! Ich bin Mama! Die Fahrräder abstellen? Ja, guter Greif. Was macht ihr dann? Genau, dann machen wir und dann machen wir mal. Freut ihr euch aufs Handballspiel? Helena auch? Ja. Dann mache ich das Video mal aus. Tschüss. Sehr gut, erste Radtour. Tschüss.